Willkommen zu einer neuen Runde Fallgeist Heute spielen wir nicht klassisch irgendwelche Runden wie hier wie das eben sonst machen Ne, heute machen wir was anderes Heute gucken wir uns jetzt mal den Editor an Hier können wir schöne Runden erstellen Deswegen würde ich sagen, gehen wir auch grad mal rein Ich erkläre euch das heute so ein bisschen Ist aber eigentlich relativ selbstextren, das ist gar nicht noch schwer Wir gucken uns einfach mal an Also wir drücken hier auf Erstellen eben Und momentan kann man eben nur Wettrennen erstellen Andere Modi sind bald erhältlich, steht hier Ist eben noch nicht verfügbar Ihr kennt ja die klassischen Wettrennen Dann können wir eben wählen Möchten wir die Originalteile Also aus der ersten Season Also Season 1 Die letzte Season 1 Von Fallgeist eben Oder Digital Dann bauen wir im digitalen Retro Look Also das aus dieser Season Also momentan nur dieser Season Und die erste Season verfügbar Die anderen Season sind noch nicht verfügbar Die kommen dann wahrscheinlich bald schrittweise zugehe ich mal davon aus Äh genau, wir gehen mal rein Wir wählen einfach mal Original aus Sie können doch digital auswählen Ist völlig egal Ist überall das gleiche Dann kommt ihr hier in so einen Ladeskuling kurz Und dann lädt es einen kleinen Moment Und da ist es auch schon fertig Ich habe nichts gecuttet Dann bekommt ihr hier so eine kurze Mini-Erklärung So dass ihr eben das bauen müsst Müsst ihr Startlinie oder Ziellinie verwenden Bestätigen das Ganze Dann haben wir hier die Startlinie Jetzt ist schon direkt was wichtig Also wir können uns hier mit der Maus Können wir uns hier drehen Und mit W, A, S, D Also ich spiele das ja an der Tastatur Wenn ihr auf der Konsole spielt Oder allgemein habt mit Controller Dann sind das wahrscheinlich andere Tasten Ähm, da weiß ich jetzt allerdings gar nicht wie das da ist Müsst ihr mal probieren Steht das hier gerade noch nirgendwo Oder steht es hier in der Hilfe vielleicht Naja, das kann ich euch ja leider auch schon nicht sagen Genau, ihr geht jetzt zum Start Wählt den mal aus mit Entweder mit der linken Maustaste Oder mit äh Mit der Leertaste Und geht dann mal Hier Also drückt mal A Und schiebt den ganz nach hinten Das würde ich euch auf jeden Fall empfehlen Weil ihr seht ja hier Hier haben wir so eine Abgrenzung Die haben wir eben auch in eine andere Richtung Und so schafft ihr euch eben mehr Platz nach hinten Außer ihr habt jetzt irgendwie vor Hier nach dem Start direkt eine 180 Grad Kurve zu bauen Dann natürlich nicht Aber normalerweise ist das ja nicht der Plan bei der Sache Ihr könnt auch wenn ihr den jetzt weiter hochsetzen wollt Wenn ihr sagt ich möchte gerne eine Sache Eine Route bauen die weiter runter gehen soll Also wie viel den Berg runter gehen soll Weil nach unten und oben gibt es eben auch Begrenzung Dann drückt ihr einfach mal R Dann klickt nach oben Oder andersherum wenn ihr den weit unten haben wollt Den Start eben F Ähm, genau Und jetzt habe ich gerade eben Escape gedrückt Da wird das Ganze abgebrochen Ansonsten müssen wir eben Wenn wir es bestätigen wollen Müssen wir die Leertaste drücken Um den eben hier hinzusetzen Genau, wir können Ihr seht es hier nämlich auch schon Oben rechts Startlinie Hier beginnt deine Runde Die Größe der Startlinie bestimmt die Optionen der Rundenregeln Für die maximale Spieleranzahl Damit bestimmt ihr eben auch Wie viele Spieler teilnehmen können Wie viele genau Das könnt ihr aber dann selber noch Ähm, gucken Also noch selber bestimmen Ähm, mit Steuerung könnt ihr ja wieder auswählen Auf den Großen Einen Mittleren Oder einen kleinen Start haben wollt So kleiner Start da passen natürlich weniger Spieler drauf Als auf den Großen Das Ganze drücken wir mit Escape Und müssen es dann gegebenenfalls bestätigen Wenn wir eine Änderung vorgenommen haben Haben wir in dem Fall jetzt aber nicht Genau, mit Shift Kommt ihr hier zu den Modulen Dann können wir beispielsweise hier Erstmal ein Was machen wir denn am besten zuerst Wir setzen zuerst einen klassischen Boden Dann müssen wir hier hin Gucken dann Das rastet hier so ein bisschen ein Das rastet hier so ein bisschen dran Das können wir ausstellen Wenn ihr das nicht wollt Dafür müssen wir einmal nehmen Moment, das müssen wir nicht drücken Das müssen wir drücken Alt müssen wir drücken Und dann können wir hier eben Das Einrasten anmachen Oder auch die Mehrfachauswahl Das erzähle ich gleich noch Ähm, genau Wir machen das jetzt aber gerade mal Wenn wir das beispielsweise Dann gucken wir hier Dass wir hier relativ am Rand sind Das rastet nämlich leider nicht ein Bestätigen das dann Und können hier dann Uns so bewegen Wenn wir jetzt eine große Fläche haben wollen Zum Beispiel Und drücken dann einfach Leertaste zu bestätigen Genau Und dann drücken wir einmal Die Escape-Taste Und haben jetzt hier so ein tolles Also eine tolle Fläche Mit ihr habe ich mich jetzt gerade Weiter hochgesetzt wieder Jetzt wäre es natürlich cool Wenn wir sagen Wir wollen dann leider nicht runterfallen Dass wir den Zaun noch setzen Dann haben wir so vorgefertigte Dinger Dann können wir hier zum Beispiel Den Zaun einmal hier drüben setzen Wir können nicht irgendwie So den Zaun setzen Wir können nur Entweder hier im 45 Grad Winkel Oder im 0 Grad Oder im 90 Grad machen Genau Dann können wir hier zum Beispiel So einen Zaun machen Können dann hier nochmal So einen Zaun machen Das ist natürlich ein bisschen blöd Weil das ist jetzt überhaupt nicht Symmetrisch Dann lassen wir das Ganze wieder ab Jetzt drücken wir mal kurz Escape Und wenn wir hier mit der Maus Über was drüber hovern Seht ihr schon können wir mit Q Das Ganze löschen Das drücken wir jetzt Dann müssen wir aber länger drauf drücken Jetzt ist das blöderweise so Dass mehrere Teile sind Dann müssen wir dann mehrmals löschen Nehmen dann hier wieder den Zaun Und fangen dann von hier drüben an Wie bei dem anderen Zaun auch Und haben dann hier gesetzt Sie müssen jetzt gleich aussehen Tut es auch Perfekt Ja Hier können wir jetzt nichts mit Steuern machen Und wichtig ist eben auch Hier sehen wir die ganze Seite Coins Hier diese Werkzeuge Und dann diese Coins Und hier oben sehen wir auch Coins Ihr könnt eben nur Also sie sagen Die kosten eben alle Geld Also was heißt Geld die kosten alle so Coins Und ihr könnt eben nur Bis 1000 Coins machen Wenn ihr 1000 Coins erreicht habt Könnt ihr nicht mehr machen Ähm Was nicht empfehlenswert ist Also zumindest Ich finde es nicht empfehlenswert Das sind solche Solche Sachen hier 205 Das frisst ziemlich viel Budget Und bietet dafür Ziemlich wenig Mehrwert Also klar Wenn ich die Bounce Dinger damit noch haben will Dann ist das natürlich Günstiger Aber wenn ich hier die Sonst Wenn ich nur die Kreisel haben will Dann ist das günstiger Die so zu setzen Als diese ganze Diese ganze Konstruktion hier Jetzt können wir beispielsweise Hier nämlich auch lustige Kreiseln ersetzen Können das auch hier mit C kopieren Wenn wir da beispielsweise Irgendwelche Einstellungen vorgenommen haben Und die sich nochmal vornehmen möchten Dann können wir das hier eben so machen Können hier mit Steuerung noch einstellen Ob das hier klein Groß Mittel sein soll Dann können wir eine Startverzögerung machen Das ist für andere Sachen wichtig Aber zum Beispiel Können wir auch noch die Richtung ändern Können sagen Dass es schnell drehen soll Oder langsam So was können wir eben Bei allen Sachen einstellen Und wenn wir jetzt beispielsweise hier Zum Beispiel Wo haben wir denn was tolles Hier Wenn wir beispielsweise so Pendel hinsetzen Jetzt wird es nämlich interessant Weil ihr seht Die Schwingrichtung hier Also ich baue jetzt Das ist völliger Quatsch Was ich hier baue Aber nur mal so Um es eben zu zeigen Jetzt ist ja die Schwingrichtung falsch Und wir können das in den Einstellungen Das auch nicht irgendwie verändern Wir können ja nur die Schaukelrichtung ändern Und wie schnell es geht Und wie groß sein soll Und die Farbe können wir ändern Genau Jetzt ist es aber so Dass wir zum einen die Drehung noch ändern können Wenn wir E drücken Können wir die Drehung nämlich ändern Und können dann hier mit Q Ja das können wir jetzt leider nicht ändern Weil da diese komischen Drehkreise im Weg sind Die wir da eben gesetzt haben Äh aber theoretisch könnten wir es ändern Wir können sich mit Z auf wieder zurück setzen Falls wir merken Und wir haben Quatsch gemacht Anhand der Pfeile Müsst ihr euch hier orientieren Wie das gedreht ist Das ist leider ein bisschen blöd Und wenn wir hier natürlich was größeres haben Wie zum Beispiel Was haben wir denn Hier zum Beispiel so ein Teil Da gehen wir ein bisschen hoch R und dann rasselt das auch schon wieder ein Machen die Drehung Und da können wir in verschiedene Richtungen drehen Eben entweder mit A und D Oder mit W und S Oder eben wie eben mit Q und E Genau es muss halt eben genug Platz sein Wir können das jetzt zum Beispiel nicht so drehen Weil da ist jetzt zum Beispiel wieder Der Drehkreisel im Weg Da müssen wir es eben Das können wir dann nur in der Höhe verstellen Wenn wir außerhalb des Menüs sind Jetzt könnten wir es theoretisch mit E drehen Q und E Moment das war jetzt falsch Da blicke ich selber noch nicht so ganz durch teilweise Äh jetzt muss ich nämlich mit S hier So und das könnten wir theoretisch jetzt so setzen Bestätigen das Und bestätigen das Und bestätigen das nochmal Und dann haben wir es jetzt eben hier Diese Faust platiert Das ist jetzt völliger Quatsch jetzt Wie wir es jetzt gemacht haben Genau Jetzt ist es eben so Wenn wir zum Beispiel Genau wenn wir zum Beispiel hier noch eine Faust machen wollen Moment nicht so Mit C kopieren wir es wieder Setzen wir es einfach mal hier hin Und dann haben wir ja zwei Fauste Das möchten wir vielleicht nicht Dass die gleichzeitig aktiviert werden Dann gibt es mehrere Optionen Entweder wir machen nicht Abgelegenzeit für diese Fauste Also den ist einfach höher Dann macht der alle fünf Sekunden Geht er raus Und der alle drei Sekunden Damit gehen die natürlich auch nicht mehr gleichzeitig Oder wenn wir sagen wir möchten Aber dass die alle drei Sekunden Alle drei Sekunden eben ausgelöst werden Dann machen wir eine Startverzögerung rein Dann startet der Und dann macht der eine Sekunde später Geht er raus zum Beispiel Genau wichtig ist natürlich dann auch Checkpoints Das sind diese Dinger Die können wir nämlich hier Dann können wir hier weiter runter gehen Mit F wieder Und können hier dann Beispiel schnell das dran setzen Wir können es auch Also wir müssen das jetzt nicht hier Wir können es auch hier hinten hinsetzen Und dann so einen Sprung machen Dass die Spieler springen müssen Mal jetzt aber mal nicht Genau und hier rastet es eben Auch wieder so schön ein Ähm Genau Ihr könnt natürlich auch wieder verändern Von der Größe her Daher ist es aber wichtig Dass es eben Also wenn es ganz klein ist Dann wird es eben auch größer Also länger Das ist ein bisschen blöd Genau Dann können wir es eben bestätigen Wichtig ist eben Dass ihr immer wieder Also erstmal escape Um aus dem Menü rauszukommen Und dann bestätigen Wichtig ist eben auch Dass ihr regelmäßig den Checkpoint setzt Natürlich nicht so in diesem engen Abstand Wie ich jetzt Aber schon hin und wieder mal Weil ansonsten Wenn der Spieler stirbt Spawn dann natürlich wieder ganz am Anfang Das ist natürlich richtig blöd Genau und am Ende ist natürlich auch noch Notwendig das Ziel zu setzen Und das Ziel ist Das wir kurz gucken Hier ist das Ziel Ja hier ist das Ziel Und auch hier können wir wieder einstellen Wie groß das sein soll Von den Zielen können wir auch mehrere setzen Das muss jetzt nicht unbedingt Äh Damit escape bestätigen wir wieder Also es muss nicht unbedingt nur ein Ziel Geben Wir können auch einfach mehrere kleinere Ziele zum Beispiel machen Wir setzen uns jetzt hier hin Das ist natürlich völlig schwachsinnig Die Map hier Ein Checkpoint direkt vom Ziel Und nur so ein Mini Also Genau Aber jetzt hätten wir es theoretisch gemacht Das können wir theoretisch auch testen Mit G Können wir uns hier hinsetzen Hier vorne Oder wir können es auch Können wir mal kurz gucken Wir können es auch sonst wo hinsetzen Wenn wir jetzt eine lange Map haben und sagen Ich möchte nur den Teil hier vorne Testen Dann können wir uns auch hier vorne einfach hinsetzen Und wenn wir uns in die Luft legen und setzen mit G Dann sind wir automatisch am Start So jetzt gucken wir gerade mal Jetzt sehen wir es auch hier Wir haben da eine Verzögerung eingebaut Dementsprechend gehen die Nacheinander Die Startverzögerung Genau Also alle drei Sekunden gehen die raus Aber der geht eben eine Sekunde Später raus Und dann habe ich jetzt nicht zu hochfühlen Davon nicht getroffen So Ja Weil wir jetzt in diesem Test sind Können wir jetzt nicht ins Ziel kommen Aber den Checkpoint haben wir jetzt eben geholt So es ist eigentlich interessant Zum einen Mehrfachauswahl Wir können jetzt wenn wir sagen wir möchten mit mehreren Objekten irgendwas machen Können wir hier das eben aktivieren Was ich gerade aktiviert habe Mit Alt kommen wir in das Menü rein Also mit Alt Ich kann es gerade nochmal zeigen Mit Alt kommen wir rein Drücken Mehrfachauswahl Drücken Escape zurück Und drücken dann mit Leertaste Wählen wir die einzelnen Sachen aus Und können jetzt beispielsweise die Sachen Moment Wir können die jetzt zum Beispiel Mit C zum Beispiel Oder ne Moment Wir machen es anders Wir begreifen die mit Leertaste Und setzen die dann zum Beispiel weiter hoch Macht jetzt natürlich ja keinen Sinn Deswegen machen wir es jetzt mal nicht Aber ähm Dann können wir die zum Beispiel greifen Greifen können wir aber nur Wenn wir eben auf einem Objekt zum Beispiel markiert haben Weil ansonsten Wenn wir irgendwo anders Leertaste drücken Dann können wir dann greifen wir es eben nicht Und dann markieren aber das Objekt auch noch Mit der Tab-Taste Heben wir die Auswahl wieder auf Weil normalerweise würde man ja denken Ja wir aktivieren es mit Leertaste Und können es auch wieder deaktivieren Ne dann greifen wir es Wir heben es mit der Tab-Taste auf Die Auswahl Mit Escape tun wir die Auswahl wieder löschen Dann haben wir wieder nichts mehr markiert Und dann ist es auch automatisch Wenn wir bei Alt gucken Ne Moment Das ist nicht automatisch deaktiviert Teilweise Das ist glaube ich automatisch deaktiviert Teilweise nicht Das weiß ich noch nicht so ganz Habe ich hier noch nicht ganz raus Genau Wir können auch hier lustige Rutschpartschen bauen Dekoration können wir auch bauen Aber Achtung die kosten eben auch Coins Das finde ich ein bisschen blöd Deswegen die am besten immer zuletzt setzen Falls ihr nur Coins über habt Hier können wir auch lustige Sachen machen Wir können hier über diesen Pfeil Oder auch wenn wir mit der Wenn wir drüber haben waren Mit der W-Taste können wir eben Verschiedene Dinge auswählen Ähm Genau Ich glaube für jedes Jetzt die Einstellungsmöglichkeiten Das zeigen ist ein bisschen viel Aber wir haben ja schon Wege und Möglichkeiten Ähm Von manchen Sachen können wir offenbar nur Das habe ich noch nicht Also ich bin noch nicht an die Grenze gekommen Aber offenbar können wir nur Bestimmte Anzahl von Dingen ansetzen Teilweise Bisschen schade Aber ist halt so Genau Und dann können wir theoretisch die Map mal testen Die Map testen ist vielleicht eine schlechte Idee Weil Das ist tatsächlich der Sinn nicht drinne Ähm Wir können aber hier mit Escape Theoretisch könnten wir dann noch veröffentlichen gehen Genau Und dann wird das hier getestet Wir machen es aber erstmal anders Wir testen nämlich meine Map Die ich bereits gebaut habe Ich habe nämlich schon eine Map gebaut Und die machen wir jetzt mal Da machen wir jetzt mal den Test Und da seht ihr dann nochmal so ein bisschen Wie Was alles möglich ist Weil ich da versucht habe so viel wie möglich einzubauen Also los geht's So Herausfordernder Abstieg Heißt meine Map Hier habe ich schon äh Vor paar Tagen gebaut Und wir laufen mal hier rum Wir sind halt immer in der Bauarbeit Das gehen Wenn wir testen Das habt ihr ja eben wahrscheinlich schon gesehen Hier haben wir die Türen Da kann man auch einstellen Wie viele Türen davon offen sein sollen Und wie viele nicht Das ist ja wie bei der Türenlauf Hier können wir schon runterrutschen Oh jemini Da habe ich schon einen fetten Unfall gebaut Hier die Teile Die sollten jemand wegkratzen Das klappt nicht ganz so gut Aber Wenn du voll drauf stehst Dann klappt das schon Ja hier sehen wir auch dafür Oh Gott Da wollte ich gerade was zeigen Deswegen bin ich runtergefallen Äh hier sehen wir Dafür ist natürlich die Startverzögerung gut Dafür Damit die nicht leichter die pendeln So Jetzt werden wir kurz mal gucken Hier das mir ja nicht runterfallen Hier können wir schon Jumpen Und hier habe ich eingestellt Dass die zufällig Oh ne das war nicht gut Dass die zufällig Äh Oh je Oh je Dass die zufällig Oh du Kacke Ne Ja das wird nicht gut enden Genau Ähm Dass die zufällig Äh oft Also die Abdeckzeit Äh Ist zufällig eingestellt Dass die eben In dem zufälligen Rhythmus Hier ausfahren So So soll das eigentlich aussehen Wenn man eben noch nicht ganz sich viel aufgerichtet hat Und dann hochgeschleudert wird Dann hat man eben ganz das Problem Hier habe ich auch das Problem Dass fast zu wenig Checkpoints gemacht sind Weil jetzt seht ihr Wir sind eben da hinten schon mehr gesporen Und jetzt ist immer noch kein Checkpoint da gewesen Da vorne kommt der erst Hier müssen wir doch ein bisschen aufpassen Dass man nicht von den Dingern runtergeschleudert werden Okay Aber jetzt ist der Checkpoint da Jetzt kommen wir hier lang Jetzt müssen wir aufpassen Weil hier habe ich eingestellt Dass es noch so ein Teil ist Jetzt können wir theoretisch Entweder hier lang Oder da drüben Das war nicht gut Ja das war nicht gut Ja das war nicht gut Ja ich kann meine eigene Map noch nicht Also ist noch relativ schwer Muss man schon sagen Oh du Pfff Okay da hab ich mich abräumen lassen Genau oben rechts seht ihr die Zeit 4 Minuten war ursprünglich drin Und in 4 Minuten muss man seine eigene Map eben schaffen Weil Irgendwann muss man seine Map ja auch fertig haben Also Kann eigentlich schon endlich lang dauern So Jetzt bin ich hier Theoretisch könnt ihr auch da drüben lang gehen Das sind die Fäuste Die sind glaube ich nicht zufällig eingestellt Aber ist ja auch wurscht Ihr seht ihr schon Bananen fliegen hier unten Hier müssen wir nämlich hochgehen Wir haben zwei Früchtekanonen Die immer Bananen schleudern Wir können auch einstellen Dass wir andere Sachen schleudern Oder eben Dass sie zufällig Irgendwelche Sachen schleudern Weil es gibt ja verschiedene Sachen Die geschleudert werden können Es kann Obst geschleudert werden Es kann Holzstämme geschleudert werden Oder Fußbälle Basketbälle Kann ja alles geschleudert werden Wir können aber leider nicht einstellen Ob Also dass jetzt zum Beispiel Nur Bananen und Äpfel geschleudert werden Also entweder können wir nur einstellen Dass nur Bananen geschleudert werden Oder dass zufällig aus allem Was geschleudert wird Finde ich noch ein bisschen schade Ja hier das ist ein schnell schwingendes Pendel Nun kommen wir hier ins Ziel Bei 1,26 Ich habe natürlich viel gelabert Und bin deswegen auch viel runtergefallen Aber wir haben es eben geschafft Und jetzt könnten wir es theoretisch Veröffentlichen Machen wir es aber gerade nicht Weil die Map ist schon veröffentlicht Hier über Bearbeiten können wir auch einstellen Wie mir die Runde heißt Oder auch können wir eine Beschreibung hinzufügen Und für wie viele Spieler das Ganze ist Also eben wenn ihr Hier Escape drückt in dem Menü Und dann Bearbeiten drückt Dann könnt ihr das einstellen Das sollte soweit alles sein Jetzt gucke ich mal gerade Falls ihr Interesse daran habt Das ist ein bisschen blöd Norale Da habe ich noch keinen Guten Weg gefunden das herauszufinden Aber falls ihr Interesse daran habt Dann sage ich euch auch gerne den Code Von der Map Dass ihr ihn hier auch spielen könnt Und zwar muss ich dafür hier eine Runde hosten Das ist momentan der Weg den ich immer wähle So dann kann ich nämlich meine eigene Dann kann man nämlich hier bei der Show auswählen Und kann dann hier herausfordernder Abstieg auswählen Dann ist das hier der Code Den ihr eingeben müsst Wenn ihr nämlich zum Beispiel eine Map von einem anderen spielen wollt Die ihr noch nie gespielt habt Dann könnt ihr den Code eingeben machen Und könnt dann eben den entsprechenden Code eingeben Mein Code ist eben so Ja alles klar Das wollt ihr jetzt eigentlich nicht Genau Das sollte soweit alles sein Könnt ihr dann eben das mit euren Freunden auch spielen Es geht auch mit zwei Leuten schon Teilweise geht es auch schon mit einer Person Tatsache Einzugehen Dann würde ich aber sagen Es dauert noch mal einen kleinen Moment Das mit dem Server zu verbinden Aber es sollte funktionieren Deswegen würde ich sagen Das war's von dieser Runde Ja es war ja eigentlich keine Runde Es war ein kleines Tutorial zum Editor Wenn euch das gefallen hat Und hilfreich für euch war Ja einer von ein Spieler Falls ich für euch hilfreich war Bewertet doch gerne den Part Und äh genau Dann bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal Tschau